Jetzt nimmt es auf, aber ich schweite dann auch weg. Achso, okay. Kaffee? Ja, gerne. Ja, dann das hoch. Sag stopp. Super, danke schon. Alles klar. Schwarz, ne? Ja, gerne. Perfekt. Also ein guter Kaffee am Morgen ist ja super, oder? Salz im Wohl. Ohne Schuss. Ja. Hallo. Das sei dir ja. Herzlich willkommen. Wir sind ja jetzt hier in der Verlosung heute, vom Oktober. Und zwar alle Leute oder alle Schüler, die bei uns im Oktober eine Unterrichtsstunde genommen haben, die sind auch wieder in unserem Lostopf drin. Den habe ich auch hier. Und bevor das losgeht, möchte ich euch meinen lieben Freund Peter vorstellen. Seid gegrüßt, meine Lieben. Peter, du hast dich ja heute bereit erklärt, hier mit mir ein schönes Frühstück einzunehmen bei dir. Mit gutem Kaffee und natürlich auch dann hier ganz neutral die Verlosung auch hier zu beobachten. Ja. Und ich habe dir ja auch gezeigt, dass unterschiedliche Namen in dem Lostopf liegen. Ja, so viel zum Datenschutz. Aber ja, ich kenne euch jetzt alle beim Namen. Solange es nur der Name ist, ist es ja okay. Und ja, natürlich gibt es auch mal doppelte Lose. Das sind dann die Schüler, die eben mal zwei oder drei Stunden genommen haben in dem Monat. Also wir haben ja gesagt, pro Unterrichtseinheit ein Los. Und ja, für den Monat Oktober kann man dieses Mal drei Unterrichtsstunden gewinnen in der Dudelsack-Schule. Wie lange dauert eine Unterrichtsstunde? 45 Minuten. Okay. Meistens geht es aber ein bisschen länger. So wie in der Schule? Ja, genau. Ist ja auch eine Dudelsack-Schule. Ja. Ja, es wird spannend jetzt. Also wir würde sagen, fangen wir mal langsam an, oder? Okay, Moment, sehr gut. Achso. Dann darfst du mal mischeln. Dann müssen wir schütteln. Sehr gut, dann mache ich auch mal. So. Das ist auch nicht. Also nur ein Los, ne? Ein Los, ja. Okay. Im Dezember darf man mehr Lose ziehen, ne? Also es ist Halloween. Im Dezember auch? Da gibt es eine riesen Verlosung mit ganz vielen Preisen. Aber, okay. Heute ist es ein Los. Achtung. Ich mische da noch ein bisschen. Darf ich dann vorlesen? Ja, kannst du gerne machen. Okay. Okay. Uuuuh. Werbung. Ja, ja. Und zwar, der Gewinner darf ich das vorlesen? Ja. Ist Andreas Hermann. Super. Moment, ich zeige jetzt nochmal neben die Kamera. Wo ist die Kamera? Nein, nein, da, da. Sieht man das? Ja, ich glaube, das kann man sehen. Oh, jetzt ist es scharf. Genau. Andreas, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast jetzt drei Unterrichtsstunden gewonnen. Und die darfst du natürlich bei deinem Lehrer oder deiner Lehrerin, den du gerade hast, einlösen. Und ja, wir, also, es wird alles niedergeschrieben. Die drei Stunden gehören dir. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und an alle anderen dranbleiben. Aber ihr habt Spaß am Duddelsack spielen. Ich liebe ja auch Duddelsack. Aber die spielen, ich mag es hören. Live. Am besten live. Wir brauchen ja auch ein paar Zuhörer. Genau. Ich bin der mit dem Applaus. Ja, und die, die wir jetzt nichts gewonnen haben, nächstes Mal gibt es wieder eine Chance. Nächsten Monat die Novemberverlosung. Und Ende November wird verlost. Und zwar gibt es da einen Kielsen-Morg-Gutschein im Wert von 150 Euro. Und im Dezember gibt es ja dann die große Verlosung. Lasst euch überraschen. Und dann bis bald. Bis dann. Ciao. Cool, oder? Ja, macht Spaß. Du weißt ja, ich bin dran.